Wir haben einen Kano dabei. Hä? What the fuck? Was? So. Komm mal ran. Ungrößt wenig Leben. Ah, weil ich den Blut abgenommen habe. Nein, das Blut wird nicht gefuttert. Das ist für schlechte Zeit. Ja, ich sag halt das. Rion. In. Na. Ah, das Vieh. Das ist, äh. Das ist der fliegende Hummer, von dem ich sprach. Ich? Ja. Äh, du kommst zum Fluss und dann ballern wir das Ding ab. Wo ist der Fluss? Weiß schon, der Fluss. Es ist heiß und ich verrecke hier. Lalalalalala. Aber noch geht's mir gut. Ja, ich seh dich. Links, links von dir. Hier oben auf dem Berg. Ah, da. Er steht da. Er steht da. Streck fest. Ja. Streck nicht mehr fest. Fuck, du bist tot. Was ist los? Fetter. Fettes Ding. Fettes Ding. Fettes Ding. Richtig fettes Ding. Oh mein Gott. Ein Lidfisch hat deinen Boot zergetet. Ich hatte gerade drei Nahtoderfahrungen in einem Piranha See. Ich habe so einen Drop unter Wasser rausgeholt. Das war ein Fehler. Geh schlafen. Was, was, was ballerst du gerade ab? Äh, den Alpha. Die haben keinen Torpohr. Ballerst du gerade eine Torpohr-Pfeile rein? Na gut, die Information hätte ich für 100 Pfeile gebraucht. 100. Oh mein Gott, Alter. Nein, nicht 100. Aber... Mach das Tor auf. Mach das Tor auf. Mach das Tor auf. Mach das Tor auf. Oh. Petri! Warum liegst du hier unten? Ich habe mein Bein gebrochen. Ich habe einen Tappijara Level 135. Wir brauchen aber erst einen Quetz und einen Plattformsessel für den Quetz. Aber ich weiß nicht... Oder ihr könnt mal googlen, wie man das sonst macht. Aber ich weiß nicht, wie ich ihn sonst vom Himmel holen soll. Oder wir jagen die Tappijaras mit Gallimus. Ich sehe, was du vorhast. Ich frage allerdings mal ganz provokant, wie gedenkst du ihn in der Z-Achse zu verfolgen? Armbrust. Nein! Das Vieh ist ins Wasser gelaufen und unter Wasser ohnmächtig geworden. Echt jetzt? Ja. Du gehst da jetzt runter und packst den voll mit Stimmenperren, damit er wieder aufwacht. Kann ich den ziehen, wenn der bewusstlos ist? Nein. Ja, dann ist er wohl tot. Du darfst verfolgen? Und... JET! Oh mein Gott! 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 Ich glaube einer möchte den langen Weg hier nehmen. Die wollen den langen Weg nehmen. Von mir aus. Die stehen jetzt oben an der Hand. Äh und jetzt springen die hier runter, dass er gekackelt sind? Da ist er gekackelt sind! Da ist er gekackelt sind! Das war das andere Seite dieser Küste da. wo bist du denn vor dir was ist da passiert ich weiß nicht auf jeden fall ist das jetzt ja folg ihm einfach hier schon wieder heiß ja mir auch ich muss dran zum wasser sonst verreck ich hier geht's rein hoffen wir dass es hier drin kälter ist bei meinem glück ist es jetzt die lavahöhle hier gleich ah ja klar es ist die lavahöhle noch keine feindlichen viecher gespottet vorsichtig ah da unten siehst du sie die fledermäuse so und jetzt oh mein gott oh mein gott ganz ganz deutschland auch drauf mit mir auch drauf oh gott alter hat geklappt wahnsinn er ist wieder am level aufgestiegen kriegt kurz nach achtung 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 ja die sie die können nix er ist nur level 100 ja ich auch ich verrecke ja 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 fuck zu leih hey dann die haben halt eine leiche gefressen oh grüne pilze das sieht nicht so ungiftig aus ja komische pilze ja da kann man ein paar berauchen oder so ist überall eisen die kommen bestimmt auch cool drin war oh mein gott das sind ja alles viecher ja bisschen sass hier nicht geht es hier irgendwie weiter hier sind piranhas im wasser hier sind überall piranhas im wasser oh mein gott wie viele auf schwimmen und krokodile 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 und was für eins alter oh oh mein gott jetzt bisschen hell und laut ah das ist das artefakt glaube ich ja das ist das artefakt perfekt es ist ein dunk beetle die sind freundlich und die passiv zählen die viecher ja die zählen am passiv nein nicht mit scheiße ne hast du scheiße im inventar er hat jetzt ein dunk beetle ok kannst du sie auf folgen stellen wieso ja let's go oh mein gott ich spür dich aus dem piranhawasser welches piranhawasser in dem du grad schwimmst ach was darf man alles nicht so eng sehen ach nein welche welche eine ironie ah das ist diese diese argentina paste die funktioniert genauso wie zimt ja zimtiger zimt zimt junge zimt 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017